Herzlich willkommen zu einem weiteren Skin Gameplay. Ja, eigentlich habe ich den Mecha-Anführer gesucht auf der Map und dann bin ich auf diesen Skin hier gestoßen. Da denke ich, what the fuck, was ist das? Kannte ich überhaupt nicht. Und klar, das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Was ist das? Ein Holoskin, dann habe ich erstmal eine Holoskin gesucht. Ja, das Teil ist der Breakpoint. Zwei Spieler haben hier auf der Map den Breakpoint, woher auch immer sie den haben. Und schauen wir uns doch einfach mal das Gameplay dazu an. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, gerne auch könnt ihr uns unterstützen mit dem Creator-Code. Einfach eintragen. Wäre super cool von euch. Sofort U gleich TTV ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, ab mit dem Gameplay. Sofort U gleich TTV ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Auf gut geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und da hat er einen abbekommen. Er sieht schon mega cool aus, das Teil, wirklich, der rauskommt, da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt war ja erst diese Holo-Lackierung da gewesen, hammergeil. Und dazu jetzt diese mega coole Skin, das ist wirklich der Wahnsinn, mega cool. Ah, okay. Daran an die Szene kann ich mich sogar noch erinnern. Ach, da oben ist auch noch einer. Ja, das waren die zwei, die waren jetzt zweit da drinnen, genau. Na ja, gut, da sind alle genommen. Und gleich wieder einen drauf. Na, das war die Revanche. Der hat den Einschlag auch nicht mehr gemerkt, ey. Au, der war gut. Schöner Hit. Die Banane hat ihn getötet. Oh, der hat jetzt ganz schön geleckt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen da rum, da schreibt was die Kommentare, abonniert den Kanal. Und schaltet zunächst mal da rein, wenn es wieder heißt Fortnite Gameplays mit Mini-Man gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Und da salir, wenn es euch gefallen ist. Und da schütze Perform bas...